Freunde, wir haben ein neues Event in Escape from Tarkov und zwar wahrscheinlich das umfangreichste Event, was wir bis jetzt gesehen haben. Nikita hat gestern in einem wunderbaren Abendrausch einen Tweet rausgehauen und zwar hat er gesagt, 30.000 Likes und er wird alle Händler für 5 Tage entfernen. Dann hat er noch einen draufgelegt und hat gesagt, wenn wir 45.000 Likes bekommen, wird der Flea Market ebenfalls entfernt. Natürlich wurden diese 45.000 Likes jetzt geknackt und die ersten Händler sind bereits aus dem Spiel. Zum Zeitpunkt vom jetzigen Stand, also vom jetzigen Stand her, sind Jäger und Skia bereits entfernt aus dem Spiel. Hier sind ein paar Probleme, die ich halt generell sehe mit diesem Event und naja, ich denke mal, das wird die Community nochmal so ein bisschen spalten, was tatsächlich dann genau abgehen wird über die nächsten paar Tage, die nächsten paar Tage, die nächsten 5 Tage in Escape from Tarkov werden absolut insane werden. Aber lass uns erstmal nochmal kurz ins Game springen, dann können wir uns das Ganze mal genauer angucken, wie sie das Event jetzt aufgebaut haben. Hier sehen wir also an erster Stelle unseren Händler-Tab und ihr seht schon, Skia ist komplett raus. Trader Error bzw. Trader Disabled, Jäger ist ebenfalls auch schon weg. So wie es scheint, scheinen die immer so circa bei Restock irgendwie entfernt zu werden und dann irgendwie noch ein bisschen drauf. Ich weiß es nicht genau, mal gucken, wie lange die anderen Händler jetzt noch genau da sein werden. Es gibt an der Stelle Spekulationen, dass Fans tatsächlich da bleiben soll, damit wir unsere Items noch verkaufen können. Weil das sind jetzt hier ein paar Punkte, die jetzt hier natürlich aufkommen werden. Wenn der Flea Market weg ist, was machen wir dann? Ihr seht ja auch gerade schon die Razor-Kopfhörer bei 99.000. Wenn man jetzt hier mal Richtung Propital oder so guckt, das 37.000, die Preise gehen halt komplett durch die Decke. Aber zurück erstmal zu den Händlern. Dann, so wie es scheint, wir können unsere Quests gar nicht mehr abgehen. Das heißt also, für die nächsten fünf Tage können wir gar nicht mehr questen, so wie es scheint. Es scheint so zu sein, dass wir unseren Progress ebenfalls noch bekommen. Das ist zumindest die Confirmation, die ich jetzt gerade eben bereits schon aus dem Twitch-Chat bekommen habe. Dass man tatsächlich noch Quest-Progress machen kann. Allerdings können wir die halt nicht irgendwie abgeben. Nehmen wir jetzt hier einfach Loyalty-Buyout als Beispiel dafür. Ich könnte hier nicht meine Rubel an den wunderbaren Henskier abgeben und das Ganze dann von diesem Menü aus, vom Charakter-Menü aus, dann abschließen. Das heißt also, für mich wirklich für die nächsten fünf Tage fällt ein kompletter Progress-Aspekt in Escape from Tarkov einfach komplett weg. Was ich ein bisschen schade empfinde. Ja, ansonsten wird halt einfach das Game zu einem kompletten Survival-Game eskalieren. Das heißt, der Survival-Modus in Tarkov wird nochmal explizit gepusht. Wir werden wirklich daran gebunden sein, Sachen mit unseren PMCs zu finden. Achtet also wirklich in allererster Linie darauf, dass ihr guckt, wo Gegner sitzen können. Weil ich denke mal, über die nächsten paar Tage wird Escape from Tarkov dezent defensiver gespielt werden. Nutzt eure Skafrons auf Cooldown und ja, wir schauen mal, wie es jetzt über die nächsten paar Tage eskalieren wird. Wie gesagt, Flea Market ist zu dem Zeitpunkt der Aufnahme noch drin und die anderen Händler ebenfalls noch. Spekulation ist halt, dass Fans noch drinbleiben könnte als einziger Händler, dass man wenigstens noch ein paar Sachen aus dem Stash hier verkaufen kann. Weil sonst würde der Stash halt auch komplett überquillen, wenn wir nirgendwo mehr verkaufen könnten. Das wäre ganz, ganz insane. Guckt, dass ihr eure Waffen-Attachments lootet. Guckt, dass ihr eure Rüstungen lootet. Und an der Stelle nochmal wirklich ein Tipp. Wenn ihr looten solltet, guckt, dass ihr ebenfalls auch bestimmte Armored Rigs oder generell Rigs ebenfalls auch an der Stelle als Rucksack-Erweiterung nutzt. Dass ihr ebenfalls auch noch Amores mitnehmen und rausnehmen könnt aus den Raid, um nochmal euren weiteren Gear mitnehmen zu können. Alles klar, mitten in der Aufnahme. Ja, damit ist der Flea Market ebenfalls weg. Das Thema ist durch. Wir können nichts mehr draufstellen. Nein, das Flea Market Limit wurde mal eben auf Level 99 gepusht. Freunde, die nächsten 5 Tage in Escape from Tarkov werden absolut insane. Was haltet ihr von diesen Changes? Findet ihr das Event geil? Findet ihr es ein bisschen too much? Ich glaube, ich lehne aktuell so ein bisschen auf der Seite, dass es absolut zu viel wird. Weil es wird, denke ich mal, PvP bis auf ein Minimum setzen, dass niemand mehr wirklich aktiv PvP spielen wird. Ich habe keine Ahnung, was auf uns zukommen wird. Das ist das erste Mal, dass wir so ein Event haben. Sagt mir gerne in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Und ansonsten ein Like und ein kostenloses Abo dalassen. Würde mich sehr supporten. Und wir sehen uns im nächsten Video. Viel Spaß noch an Rates.